Herzlich Willkommen Ahlan wa sahlan bedeutet Herzlich Willkommen Wort zu Wort Herzlich und Willkommen Ahlan wa sahlan Ahlan wa sahlan Egal ob du ein Mann bist, eine Frau bist, wenn du jetzt jemanden triffst, egal ob ein Mann ist oder eine Frau ist und du möchtest zu ihm oder zu ihr sagen Herzlich Willkommen, dann sagst du ganz einfach Ahlan wa sahlan Drei Wörter Ahlan Herzlich Wa Und Sahlan Willkommen Ahlan wa sahlan Ahlan wa sahlan Ahlan wa sahlan Du bist jetzt Thomas zum Beispiel, du bist ein Mann jetzt und du lernst jetzt in diesem Kurs, sag zu ihr, zu dir Ahlan wa sahlan Du bist eine Frau und du lernst mit uns in diesem Kurs sagst du dir Ahlan wa sahlan Shukran, Danke, Umasalam und Tschüss